Soll man da mit jemanden rufen? Ja, Mensch. Das wissen wir ja nur, aber irgendwie bringt das alles nix. Hm. Seltsam. Und verschlossen, das auch noch. Das ist doch kein Mülleimer. Das ist doch kein Mülleimer. Das ist doch kein Mülleimer. Aber vorhin wollte er das Zeug glaube ich nicht in den Müll schmeißen, oder? Jetzt bin ich schon wieder auf Escape. Komm, Entschuldigung. Aber das könnte ein Hinweis sein. Habe ich das denn vorhin ausprobiert? Ich bin mir gerade gänzlich unsicher. Wir gehen noch mal kurz ins Kaffee und Moment. Das bringt nichts. Nee. Natürlich nicht. Hm. Moment, dann gehen wir noch mal eben zurück. So, da lang. Da lang. Und da wären wir. Hallo. Und dann können wir ja mal gucken, ob man das da drauf, da reinpacken kann, warum auch immer. Aber vielleicht geht's ja. Das ist doch kein Mülleimer. Na, geht nicht. Vielleicht haben die beiden Jungs ja noch einen Tipp für mich hier. Wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder ans Werk. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Ich liebe Möbel. Pass aber auf, dass du nicht wieder zum Tief schmierst. Ja, ja. Wisst ihr was? Ich hab gerade eine Idee. Da. Mö. Da ist Honig an dem Bienenstock. Mö. Facebaum. Oh. Ja, dann tunken wir da doch mal kurz den Lolli rein. Gute Idee. So sieht der Lolli schon viel schmackhafter aus. Ach, Trollololl. So, jetzt dürfte es aber klappen. Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen. So, dann gehen wir einmal jetzt zu dem kleinen, verwöhnten Burschen da. Und dadurch war es glaube ich, oder? Nein, war es nicht. Da lang. Alles klar, willkommen. So, und dann einmal das Teil hier. Guck mal, was ich habe. Was riecht da so gut? Oh, ein Bohnet, Lolli. Okay, ich sag dir was. Du gibst mir den Lolli und darfst du. Ausnahmsweise. Lecker und gesund. Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Lolli durch den Honig sogar gesünder geworden ist. Kann gar nicht sein. Gesunde Sachen schmecken. Seit wann sind so komische Wiesel wie du Gesundheitsexperten? Hier scheinen Tiere doch zu allem fähig zu sein. Da würde mich ein Wiesel, das Gesundheitsexperte ist, auch nicht wundern. Was für das denn bitte? Was sagt denn das, äh, Dingens? Du hast eine uralte Einladung und eine markische Briefmarke bekommen. Doch, wie solltest du sie nur an alle Mauswalder verschicken? Ja, spitze ich mit dem Jerry den Boot oder der Zeigende hatte kein Blaus auf. Okay, äh. Gut, aber hier schaue ich mir den mal eben kurz an. Moment. Wer war das? Ich bleibe besser auf den ausgeschilderten Wegen. In den Feldern würde ich mich hoffnungslos verlaufen. Hmm. Die Sonne hat die Felder ganz schön ausgetrocknet. Ein kurzer Schauer würde denen sicher gut tun. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Diese Vogelscheuche ist doch extrem geil irgendwie. Oh. Was war das? Oh nein. Da wird jemand von einer Krähe angegriffen. Das ist doch Ursula. Wie ist die eigentlich hergekommen? Oh Mann, die meint es ernst. Ich sollte ihr nicht zu nahe kommen. Aber ich muss Ursula helfen. Wie wärst du mit einem Stückchen harten Kuchen in das Gesicht? Na, wenn Tauben aus dem Stadtpark darauf anspringen. Ich dachte eigentlich, er schmeißt die hin. Aber so ist auch okay. Anja's Muffins scheinen zumindest auf Federvieh anziehen zu wirken. Bleib wo du bist. Ach Mist. Hübsche Blume. Ich sollte ihr nicht zu nahe kommen. Aber ich muss Ursula helfen. Ich habe eigentlich gar nicht rechts geklickt. Deswegen weiß ich nicht, warum es übersprungen hat. Knallgelbe-Sumpf-Dotter-Blumenknasper. Ich glaube, die ist auch auf einem von Mamas Entspannungstees drauf. Aha. Radioantenne. Können wir die nehmen? Vielleicht kann man die Antenne flitschen lassen, um die Krähe zu verscheuchen. Aber ich komme nicht an die Antenne ran. Schnürsenkel. Hier, den nehmen wir mal mit. Der Schnürsenkel sieht noch ganz brauchbar aus. Den nehme ich mit. Von dem Megaschuh. So, Schnürsenkel und den jetzt da rumwerfen. Geht das? Vielleicht kann ich damit die Antenne flitschen lassen und der Krähe damit eins verpassen. Getroffen. Ja, cool. Mist. Das bewegt sich ja nicht. Oh. Hoppla. Na, die Antenne braucht doch eh keiner mehr. Hm. Mit dem Haken daran lässt sich das Seil wie einen Wurfanker werfen. Okay. Pass die Kleine in Ruhe, du Vieh. Oder ich verpasse dir eins. Es wird wahrscheinlich nicht klappen, dass wir den einfach mal dagegen hauen. Ich will nur eine Lektion erteilen und sie nicht mit meinem Wurfanker filetieren. Okay. Postfahrrad. Wenn das da auch noch festfriert, kriegen wir das Rad gar nicht mehr frei. Stein mit Markierung. Stein mit Markierung. Was könnten wir denn jetzt hier heranziehen? Überflutetes Gebiet. Da geht's irgendwo hin. Na, wahrscheinlich müssen wir erst helfen, oder? Oh Mann, die meint es ernst. Ich sollte ihr nicht zu nahe kommen, aber ich muss Ursula helfen. Okay, also... Verwerfen wir die Idee mit der Radioantenne mal noch nicht ganz? Machen wir's mal so ab. So, jetzt gibt's Saures. Bams. Yeah. Cool. Das war doch gar nicht so schlecht. Ich wollte mir zu danken. Ich, Zauberlehrling Jerry Haselnuss, helfe immer gerne, wo ich kann. Huch, er ist schon wieder. Ich hab alles gesehen. Du bist ein Held. Ach, was? Mein Freund Uli ist auch so wie du. Leider ist er... Na ja. Hier, nimm das. Was ist das? Werbung. Irgendwie müssen Mäuse wie ich sicher ihren Lebensunterhalt verdienen. Werbung? Wow. Er hat gesagt, dass ich ein Held bin. Jetzt bringen wir dich besser nach Hause, Ursula. Du darfst sogar in meinem Rucksack reisen. Sie hat noch eine Krähenfeder in der Hand gehabt. Okay. Ob Ursula sie der Krähe ausgerissen hat? Was haben wir denn hier noch? Eine Notiz? Hier hängt ein handgeschriebener Zettel. Vorsicht. Dies ist Krähengebiet. Solange die Gegend am Fluss unsicher ist, werde ich vom Sumpf aus auf Sendung gehen. Mauswald Radio. Die Stimme von Mauswald gibt nicht auf. Gezeichnet Ludwig Gräber. PS. Okay. Jetzt ist auch noch der Sumpfweg überflutet. Ich mache Sendepause, bis der Weg wieder frei ist. Das Gebäude liegt in Trümmern. Ich kann das dumpfe Gefühl nicht abschütteln, dass die Krähen hier unangenehme Zeitgenossen sind. Ja, das ist wahrscheinlich so. Bekanntmachung. Der Mauswalder Stadtrat informiert. Solange die Überflutung anhält, ist das Auendorf gesperrt. Betroffene melden sich bitte im Rathaus. Plündern verboten. Und dann steht da noch. Gefahr. Tiefes Wasser und Krähen. Hm. Klingt ganz schön gefährlich. Oh ja, durchaus. So, dann schauen wir uns das Postfahrrad mal noch an. Oh, ist so viel. Alter Vater. Hm, das Vorderrad ist festgefroren. Unglaublich, oder? Aber an diesem Baum hier war das Klima in den letzten Wochen schon immer etwas seltsam. Jetzt hat es da oben sogar angefangen zu schneien. Ich habe so viel zu tun, aber ohne mein Postfahrrad kann ich keine Post austragen. Wer redet da eigentlich? Hä? Ich bin verwirrt. Steil mit Markierungen. Das ist doch das gleiche Zeichen, das ich in meinem magischen Brief gesehen habe. Das Zeichen der Baumläufer. Vielleicht hat jemand das hier hinterlassen, weil es in der Nähe ein Baumportal gibt. Könnte sein. Und hier gibt es, äh, Zeugs. Blausaft. Blausaft, yay. Blausaft, yay. Oh, jetzt haben wir Ursula bei uns drin. Ich versuchte mal eben was. Da wir ja kein Geld haben, versuchen wir es mal eben damit. Okay, das sollte ich eigentlich nicht machen. Hätte der Herr Kirchenmaus mir nur nicht den Faden an meine Münze gebunden. Die Versuchung ist einfach zu groß. Es hat geklappt. Wie bei dem Kaugummi-Automaten gegenüber meiner Schule. Äh, da soll das auch gehen. Äh, habe ich gehört. Das letzte Blausaft-Fässchen und ein kleiner Werbeaufkleber. Okay. Ja, sehr cool. Was sollen wir denn mit dem Blausaft-Aufkleber? Ein guter Schluck bringt großes Glück. Können wir da jetzt den Hahn ranbauen? Da muss man nichts abzapfen. Warum nicht? Man muss doch was trinken können. So, jetzt frage ich mich aber trotzdem, wer hier vorhin geredet hat. Ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Wir gehen mal eben hier rein. Jetzt gibt es ja schon wieder ein Helikopter im Hintergrund. Ich hoffe, das hört man nicht. Ja, da ist schon wieder diese Echse. Was? Und vor allem ein Stein mit Muster. Uh, spannend, äh, Schneider. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Sitzt ganz fest. Kann man doch was rauslöffeln oder so. Das muss nicht gelöffelt werden. Nein? Okay, gut. Dann gehen wir erstmal da durch. Nur ein holler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm. Und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Hm. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. Ach, er ist irgendwie lustig. Da drüben sieht es auch interessant aus. Aber hier komme ich nicht über den Bach. Aha, hier kann man wieder zurückgehen. Also weitergehen, meine ich. Soll man damit jemanden rufen? Ja, immer noch. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon vier gesehen haben. Überall diese Statuen. Wanderweg in Richtung Mauswald. Zur Vorderseite des Zwergenhauses. Aber wer bist du denn überhaupt, du seltsamer Typ? Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Das ist doch diese Echse, oder? Wenn man sich hier mal den Hals ein bisschen genauer anguckt. Dann würde ich sagen, das ist die Echse mit einer Maske auf. Gehen wir mal eben da runter. Achso, das ist die Vorderseite wieder. Moment. So, Wanderweg in Richtung Mauswald. Gucken wir mal kurz, wo wir da rauskommen. Ach, wie praktisch. Cool, dann kann man sich das Ganze jetzt hier abkürzen. Man muss nicht mehr rausgehen. So, der hat irgendwie eine gruselige Stimme, der Typ. Muss ich sagen. So, dann gehen wir nochmal hier durch. Und dann mal da lang. Ach, da ist der Frosch auf einmal. Stand ja da vorhin auch schon. Ich bin mir ganz nicht unsicher. Na, wenn das nicht der vielversprechende junge Baumläufer Jerry ist, von dem alle Welt spricht. Du hast nicht zufällig gerade einen Feuerzaubergriff bereit, oder? Das bin ich. Aber leider bin ich noch mitten in der Ausbildung. Gerüchte verbreiten sich hier schnell. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich mit dem Feuerzauber nur Spaß gemacht habe. Mein Fahrrad ist nämlich aus einer Streichholzschachtel gebaut. Die brennen wie Zunder. Okay. Äh, bist du Plato, der Briefträger? Bist du Plato, der Briefträger? Nun ja, wenn die Pakete heute nicht ankommen, bin ich wohl wieder nur Plato, der Frosch. Hm, dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Hm, vielleicht kann ich dir ja helfen. Genau, vielleicht können wir das ja machen. Aha, 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 das ist ja sehr interessant. Vielleicht können wir ja die Teile einfach mal mitnehmen. Sind das deine Pakete und Briefe? Nein, aber ich bin für sie verantwortlich. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Soll ich die Post vielleicht für dich austragen? Du willst die Postsendungen wirklich für mich ausliefern? Klar, ich laufe hier sowieso schon den ganzen Tag hin und her. Damit würdest du mir wirklich helfen. Dann kann ich auf mein Rad aufpassen. Weißt du, meine empfindlichen Froschfüße sind besser zum Fahrerfahren geeignet, als zum Wandern auf Waldwegen. Kein Problem. Die Post ist schon so gut wie ausgetragen. So, dann haben wir die auch mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal eben hier durch. bis zum Sch itself. Bis zum Schuchen. Bis zum Schuchen.